So, weiter geht's. Ich hab mal ein bisschen die Rüstung geändert, was man jetzt natürlich nicht sieht, weil wir jetzt die informelle Kleidung tragen. Aber wenn wir schon mal hier sind, sehen wir auch gleich, wir haben hier Fische, die können wir füttern. Da oben kommt das Futter rein. Ich weiß nicht mehr, ob man das wirklich machen muss, aber wir können ja, wenn wir sowieso schon mal hier sind, das auch gleich machen. Die sind ja tatsächlich hin, um zu fressen. Das ist ja interessant. Gut, das haben wir dann. Irgendwo müsste auch... Hier steht unser Hamster rum. Da kommt er raus, der Putzi. Ja, mein Kleiner, du kleines Putzi, du. Und schon ist er wieder weg. Schade. Gut, ansonsten gibt's nicht so viel. Hier haben wir auch die ganzen Schiffsmodelle, die wir jetzt gekauft haben. Die hängen alle hier und wir sehen schon, da sind noch ein paar Stellflächen frei für... Ja, keine Ahnung. Mindestens vier Schiffe auf jeden Fall. Könnten auch ein paar mehr sein. Ich glaub sogar ein paar mehr. Hier hängt noch so ein einzelner Stab rum, hier oben, über der Destiny Ascension. Gut, naja, wer weiß. Was haben wir hier noch? Edi, da haben wir schon mit geredet. Gut, mehr gibt's ja erstmal nicht. Das heißt, wir können uns eigentlich wieder auf den Weg machen, um das nächste Crewmitglied zu rekrutieren. Ich weiß noch nicht, wen wir da jetzt holen wollen. Aber erstmal schauen wir, würde ich sagen, im Terminal, na? Was wir für eine Nachricht bekommen haben. Oh, es sind sogar drei Nachrichten. Anweisung vom Cerberus Oberkommando. Von Cerberus Oberkommando. Berichten zufolge sind Sie derzeit im Omega-Nebel tätig. Wir möchten, dass Sie sich um eine Sache auf dem nicht weit entfernten Planeten Lorac im Pharthasys-System kümmern. Scannen Sie den Planeten nach einer Basis, wo Eclipse unseren Informationen nach einen unserer Agenten festhält. Sie müssen eigentlich seinen Transmitter orten können. Holen Sie ihn raus und falls er nicht mehr gerettet werden kann, sichern Sie alle relevanten Informationen, die Eclipse von ihm erhalten hat. Der Auftrag ist streng geheim, Shepard. Wir verlassen uns auf Ihre Diskretion. Na, mal schauen. Jetzt gleich nicht. Können wir später vielleicht mal machen. Sie sind nicht tot. Von Emily Wong. Sie leben? Wie konnten Sie Ihre Tarnung der letzten zwei Jahre fallen lassen, ohne Ihrer Lieblingsreporterin ein Explosiv-Interview anzubieten? Wenn Sie mal Zeit haben und reden wollen, sagen Sie mir Bescheid. Emily Wong. Ja, also Emily Wong ist mir auf jeden Fall lieber als Kalissa Al-Jelani, muss ich sagen. Aber ich brauch sie jetzt auch nicht unbedingt, muss ich sagen. Gut. Und froh, mich nicht verpflichtet zu haben. Von John Woodson. Das wird dann wahrscheinlich der sein, den wir auf Omega abgehalten haben, bei den Söldnern zu landen. Hey, Aria hat mir ihre Adresse gegeben. Wir haben uns im Afterlife auf Omega getroffen. Sie haben mich davon abgehalten, bei den Söldnern anzuheuern, die Archangel erledigen wollten. Mann, ich war eigentlich vielleicht sauer auf sie. Ich habe mich total betrunken und erst ein paar Tage später habe ich in den Nachrichten gesehen, dass Archangel fast alle dieser Söldner erledigt hatte. Ich weiß nicht, wer sie sind und wie sie da selber lebend rausgekommen sind. Aber ich möchte mich bedanken. Als ich die Verlustzahlen hörte, kam ich mir richtig dämlich vor. Ich hätte mit Sicherheit dazugehört. Ich werde versuchen, aus meinem Leben das Beste zu machen. John Woodson. Tja, schön, dass man am Ende doch noch auf Nackbarkeit trifft, wenn man den Leuten das Leben rettet. Gut, eine neue Mission, Agenten retten und wir sprechen mal kurz mit Kelly. Vielleicht gibt es da noch irgendwas anderes außer den Terminals. Wie geht es denn unserem neuesten thurianischen Crewmitglied? Seine Wunden sind bestimmt sehr schmerzhaft. Er ist Soldat. Es braucht eine ganze Menge mehr, damit einer wie er in die Knie geht. Irgendetwas an ihm bringt mich dazu, dass ich ihn am liebsten umarmen und ihm ins Ohr flüstern würde. Alles wird gut. Macht sie das nicht mit jedem? Natürlich, das könnte ich gebrauchen. Nein, nicht so. Fühlen Sie sich zu anderen Spezies hingezogen? Nun, es gehört zu meiner Arbeit, die Motive und Gefühle von Menschen und Aliens vorherzusagen. Intime Kenntnis führt zu Verständnis. Und Leidenschaft ist schön, egal bei wem man sie findet. Nur der Charakter zählt, nicht Spezies oder Geschlecht. Noch etwas, Commander? So, so ist das also mit dir. Eine Frau voller Liebe. Unglaublich. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Noch etwas, Commander? Gut, wunderbar. Das wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. So, alles klar. Und wir gehen wieder in die Galaxiekarte. Damit sollten wir dieses System erstmal abgeschlossen haben. Auf Omega gibt es jetzt eigentlich nichts mehr, was wir tun müssen. Vorerst jedenfalls. Ich glaube, da kommt auch nichts mehr jetzt erstmal. Doch, später kommt noch was. Aber jetzt erstmal nicht. Und dann könnten wir uns eigentlich, wir könnten jetzt natürlich hier im Cluster rumfliegen und im anderen System, hier im Armada-System die Abschlussstelle besuchen. Aber will ich gerade einfach mal gar nicht. Sondern wir fliegen tatsächlich ins Massenportal. Und schauen mal, was wir noch machen können. Im Sandwurnebel die Gefangenen rekrutieren. Die Korganer rekrutieren. Kazumi helfen. Said helfen. Nö. Projekt Overlord. Nö. Also wir haben jetzt im Prinzip zwei Wahlmöglichkeiten, wenn wir jemanden rekrutieren wollen. Das ist die Gefangene und der Korganer. Ich glaube, wir machen mal die Gefangene. Das ist Jack. Das wird auch ganz witzig. So. Hinüber mit uns. Neues System. Sind wir schon im richtigen? Ja. Das Gefängnis Purgatory. Das ist richtig. Da müssen wir hin. Das Fegefeuer. Dort ist Jack gelandet. Und wer Jack ist, das werden wir sehen. Die Purgatory. Eigentum der berüchtigten Söldnergruppierung Blue Suns war früher ein Aschenschiff, auf dem Nutztiere gehalten wurden. Heute ist es ein Gefängnis für alle, die im Kampf gefangen genommen oder von skupellosen Politikern unter den Deckmanteln Subcontracting und Outsourcing verkauft wurden. Es gibt Gerüchte, die Blue Suns würden besonders befähigte oder durchtrainierte Gefangene batterianischen Sklavenhändlern übergeben. Aber kaum ein Zeuge derartiger Transaktionen hat lange genug überlebt, um davon zu berichten. Angeblich beträgt die Population an Bord 4.350. Aber unabhängige Journalisten gehen in Folge bewusster Überlegungen, Überbelegungen von der dreifachen Menge aus. Entschuldigung, Überbelegungen. Bin ja auch schön mit dem Outsourcing, wie man noch so eine versteckte Kritik noch mit reingebracht hat hier. Gut. Stürzen wir uns mal auf die Purgatory und schauen mal. Ich weiß nicht, wen ich jetzt mitnehme. Ah, wenn ich mich daran erinnern könnte, was es dort hauptsächlich für Gegner gibt. Aber ich weiß es nicht mehr. Hm, was nehmen wir denn da mit? Ich glaube, wir nehmen Garrus mit und Mordin. Ja, warum nicht? Das ist dann zwar sehr Tech-lastig, das Team, aber... Warum nicht? Können wir mal machen. Garrus und Mordin, her damit. So, aber wir haben noch Punkte zu vergeben. Blöderweise, doch auf ziehen könnten wir theoretisch einen vergeben. Will ich das? Nö, ich spare die mir jetzt einfach mal auf. Mordin, bei dem können wir auch nichts machen. Der hat auch nur noch Stufe 3 in Verbesserung gerade. Aber bei Garrus können wir noch volle Kanne jetzt sowas verbessern. Einmal müssen wir natürlich den Betäubungsschuss machen, damit die Überlastung erstmal frei wird. So, dann gehen wir da aber richtig schön drauf. Mach ich die 3 auch noch? Ich weiß es nicht. Ach klar, warum nicht? Und bei Thurian Charabelle machen wir zumindest noch einen Punkt drauf. Dann bleibt einer übrig. Na gut, meine Güte, was soll's. Irgendwann wird sich das schon bessern. So. Und damit können wir uns eigentlich... Moment, ich muss mal kurz schauen. Matok und Incissor, wunderbar. Das sieht gut aus. Damit können wir uns ins Gefecht stürzen. So, die Frage ist, das ist ein Blue Suns Schiff oder eine Station der Blue Suns. Was machen wir dann hier eigentlich? Hat der Unbekannte einen Deal mit denen abgeschlossen? Also ihr seht, ich hab die Rüstung mal ein bisschen modifiziert. Keine Ahnung, also das Rot-Grün, so richtig gefällt es mir auch nicht. Aber ich hab nicht den Grünton gefunden, den ich haben wollte. Ich hätt's ja auch ganz in Rot lassen können, aber egal. So, schauen wir mal. Scheinbar hat der Unbekannte ja irgendeinen Deal mit den Blue Suns abgeschlossen, dass wir an Jack rankommen. Aber wir sehen... Lassen Sie sie durch. Unsere Einrichtung ist sicher genug, um mit drei bewaffneten Gästen zurecht zu kommen. Wir holen Jack aus der Crew. Sobald die finanzielle Seite geklärt ist, können Sie aufbrechen. Folgen Sie mir bitte wegen der Übergabe zur Entlassungsstelle, Commander. Gehen wir. Zellenblock 2 Wie Sie sehen, halten wir die Population unter streckter Kontrolle. Jede Zelle ist eine eigenständige, modulare Einheit. Ich hab zum Beweis mal ein paar durch die Luft Schleusen geblasen. Das Schiff besteht aus 30 Zellblöcken wie diesem hier. Bei uns leben Tausende von Verbrechern. Wir können in kürzester Zeit die gesamte Anlage abrickeln. Hier geht nie etwas schief. Das ist schon eine echt krasse Form der sehr futuristischen Gefängniskontrolle, muss ich sagen. Mit diesen modularen Einheiten, die alle eigenständig sind und dann einfach ins Regal gesteckt werden. Das ist schon echt übel, finde ich. Also wenn man sich das so überlegt, wenn das die Zukunft wäre, das wäre schon ziemlich erschreckend, finde ich. Können Sie mir etwas über Jack erzählen? Hat Cerberus Ihnen nichts gesagt? Jack ist die übelste Mischung aus Gewalt und Hass, die mir je begegnet ist. Gefährlich, verrückt und sehr mächtig. Sie werden es noch früh genug selber sehen. Wie sind Sie zum Direktor dieses Schiffes geworden? Ich war Gesetzeshüter auf Paladin und hatte es satt, dass Verbrecher in die Galaxie geflohen sind, um dort weiter ihre Untaten zu verüben. Kopfgeldjäger sind einfach nicht verlässlich. Irgendwann kam mir dann die Idee, wenn die Verbrecher im Weltraum bleiben, wird die ganze Galaxie sicher. An der Stelle muss ich mal erwähnen, Paladin ist, wenn ich mich recht entsinne, die Heimatwelt der Thorianer. Sie machen das also, weil sie es für nötig halten? Jeden Tag sehe ich die schlimmsten Auswüchse von intelligentem Leben. Regierungen sind lasch und scheuen harte Entscheidungen. Jemand musste sich erheben und für die Sicherheit in der Galaxie sorgen. Eine so große Population im Weltraum zu versorgen, ist sicher nicht billig. Wir können an Ecken einsparen, die die Regierung nicht mal kennt. Und jeder Gefangene bringt zudem eine Gebühr, die sein Heimatplanet bezahlt. Diese Leute sind gewalttätig. Und ihre Heimatplaneten lassen es sich etwas kosten, dass wir sie hier behalten. Was geschieht, wenn der Heimatplanet die Zahlung verweigert? Wir erklären, dass wir den Gefangenen ohne diese Hilfe nicht länger verwahren können und dazu gezwungen sind, ihn auf seinem Heimatplaneten freizulassen. Genauer Ort und Zeit können nicht genannt werden. Also eine Art Schutzgelderpressung. Sie müssen meinen Methoden nicht zustimmen, aber sie sollten meine Beweggründe nicht in Zweifel ziehen. Das sind verabscheuungswürdige Leute. Und ich halte sie unter Verschluss. Machen wir weiter. Ich nehme an, es gibt kaum Ausbruchsversuche. Wir sind im Weltraum. Sie können nirgends hin und das wissen sie. Dennoch lassen wir höchste Vorsicht halten. Schließlich handelt es sich um gefährliche Individuen. Wir haben viele Möglichkeiten, die Population zu kontrollieren. Ich lasse mir bestätigen, dass die Bezahlung durch Cerberus erfolgt ist. Die Erdassungsstelle ist einfach hier die Halle runter. Gehen Sie einfach an den Verhörzimmern und dem Supermax-Flügel vorbei. Ich stoße später zu Ihnen, Shepard. Tja, so sieht es aus, wenn man ein Gefängnis führt und die Gefangenen nicht als richtige Individuen, sondern nur noch als verabscheuungswerte Kreaturen ansieht. Das ist echt traurig, finde ich. Und das ist halt auch... Zum Glück ist das nicht der übliche Weg in modernen Demokratien, wie man Gefangene behandelt, sondern da werden sie ja tatsächlich als Menschen angesehen. Und der Hauptaspekt gilt dort der Resozialisierung, was hier nicht der Fall ist. Klausam, inakzeptabel, Verletzung grundsätzlicher organischer Würde. Das sehe ich auch so. Kann ich etwas für Sie tun? Es gibt keine Entschuldigung dafür, einen Gefangenen zu schlagen, der sich nicht wehren kann. Das ist eine sanfte Massage im Vergleich mit dem, was seine Opfer durchmachen mussten. Das erniedrigt Sie ebenso wie ihn. Wir haben Befehle. Sind Sie nicht wichtig genug, um eigene Entscheidungen zu treffen? Ich gebe zu, manchmal habe ich das alles satt. Erfahren wir dadurch wirklich etwas Nützliches? Hören Sie damit auf, in Ihrem eigenen Interesse. Ja, Sie haben recht. Lassen Sie ihn. Zumindest für den Moment. So, da haben wir zumindest immer ein bisschen Prügel erspart. Aber wir sehen schon, wie die Methoden hier sind. Also das ist echt nicht feierlich, was hier geschieht. Hey, hey Leute hier drüben. Darf ich eine Frage stellen? Gerne. Wenn Sie Gefangene kaufen, wie wäre es dann mit mir? Mann, mir ist egal, wo Sie mich hinbringen oder was Sie mit mir machen. Alles ist besser als das hier. Wir sind wegen Jack hier. Jack? Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Mit ihm gehe ich nirgendwo hin. Ich dachte, das hier wäre ein Gefängnis und kein Markt. Manche Leute kaufen Gefangene, weil sie selbst mal jemanden bestrafen wollen. Wenn Sie verstehen. Der Direktor verkauft uns an jeden, der genug bezahlt. Warum wird dieser Gefangene verhört? Weiß er irgendwas? Nein, das ist Bimmy. Der weiß überhaupt nichts. Gestern hat er in den Duschen einen umgelegt, glaube ich. Das Opfer war für den Direktor eine Menge Kohle wert. In Bimys Haut möchte ich jetzt nichts stecken. Sie nehmen ihn ziemlich hart rein. Wird da nicht auch mal ein Gefangener versehentlich umgebracht? Davon habe ich noch nie gehört. Wenn wir tot sind, kann der Direktor kein Geld mehr mit uns verdienen. Eins ist witzig. Je mehr ein Wachmann prügelt, desto bösartiger wird er. Deshalb gibt es ein Rotationsverfahren. Ein Rotationsverfahren, damit Sie nicht zu brutal werden und die Leute gerade noch am Leben bleiben. Das ist Wahnsinn. Weshalb sind Sie hier? Ich habe ein paar Leute umgelegt, aber nur 20 oder so und ich habe einen Standort in die Luft gejagt. Kleinigkeiten im Vergleich zu den meisten anderen hier. Nur 20 oder so, was macht das schon? Erzählen Sie mir mehr über Jack. Der größte Ärger, den Sie je gesehen haben. Gemischt mit einer Portion Wahnsinn und viel zu viel biotischer Energie. Mehr sage ich dazu nicht. Wie ist das hier drin? Ziemlich übel. Und du musst höllisch aufpassen. Verdammt. Irgendeiner ist immer hinter deinen Sachen her. Deinen Zigaretten, deinen Klamotten, deinem... Stolz. Ich habe seit drei Monaten nicht mehr geduscht. Kann ich mir vorstellen. Ich muss jetzt gehen. Ich wünschte, ich könnte gehen. Na gut. Hier ist noch einer, mit dem wir reden können. Oder auch nicht. Ich höre schon die Schreie in meinem Kopf. Hübsch. Wirklich. Also ich meine, gut, viele hier sind wahrscheinlich wirklich krank, die hier gelandet sind. Das sind wahrscheinlich auch die übelsten Verbrecher, die hier das Universum so zu bieten hat. Trotzdem ist es keine Rechtfertigung dafür, so mit den Leuten umzugehen. Gut, machen wir uns mal auf den Weg. Momentan ist der noch ziemlich eingeschränkt. Da drüben brauchen wir noch nicht lang gehen. Denn wir sehen schon, da vorne ist eine Wache. Und ich glaube, die Tür dort ist auch zu. Wenn ich mich recht entsinne, ja. Das ist der Supermax-Flügel. Zutritt verboten. Zur Entlassungsstelle geht's zurück durch die Halle. Auf der rechten Seite. Der Paket wird nach Abschluss des Kryo-Auptauens dorthin gebracht. Und da gehen wir auch hin. Hier drüben an die Tür. Und wollen Jack mal in Empfang nehmen. Ist auch komisch, oder? Zur Entlassung durch die Tür. Auf der anderen Seite des Raums. Ja, ja. Ist eine brutale Verbrecherin. Eine kranke Person, wie es scheint. Wie sie sich von allem beschrieben wird. Aber sie kann einfach so freigekauft werden. Schon ein bisschen merkwürdig hier. Die Machenschaften. Oder die... Die Praktiken. Praktiken. Das Wort hab ich gesehen. Tut mir leid, Shepard. Aber als Gefangener sind sie wertvoller als als Kunde. Lassen Sie die Waffen fallen und begeben Sie sich in diese offene Zelle. Ihnen wird nichts geschehen. Und er glaubt, das funktioniert so. Da reden Sie von Ihren edlen Absichten mit diesem Gefängnis. Und dann entpuppen Sie sich als Verbrecher wie alle anderen. Systeme aktivieren. Es ist unglaublich. Tja. Aber Ende sind die Plus-Suns eben doch noch Verbrecher. Und dann wird er durch die Gegend geworfen. Auch deine Schilder müssen leiden. So. Da können die anderen mal ein bisschen draufballern auf denen. Wunderbar. Das ist doch schön, wie das klappt. So. Ja, ich glaub, wir haben jetzt ziemlich viele... Was mach ich denn gerade? Ich glaub, wir haben jetzt ziemlich viele Macs auch. Deswegen ist es eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir so ein Tech-lastiges Team jetzt dabei haben. Ah. Stopp. Gut. Deswegen ist gar nicht so schlecht, dass wir ein Tech-lastiges Team dabei haben. Die können sich dann schön um die kümmern. Gareth und Mordin. Sind natürlich nicht alles jetzt Macs, sondern hier sind auch normale Leute dabei. Zum Beispiel dieser freundliche Herr hier. Aber doch einige. So. Eine Singularität. Und dann lassen wir die mal ein bisschen freischweben. Gut. Weiter geht's. So. Ab durch die Tür. Wir müssen Jack finden und schlechthin ist der rausholen. Gut. Der war jetzt nicht das Problem. Und damit wir Jack rausholen können, naja, müssen wir ein bisschen für Chaos sorgen. Aber das haben sich die Blue Suns letztendlich selbst zuzuschreiben. Wir spielen mal ein bisschen an der Sicherheitssteuerung rum. Shepard, wenn Sie sich in die Kontrolltafel einhacken, öffnet sich jede Tür im ganzen Zellenblock. Wie auch immer, es ist nötig, wenn wir Jack aus der Stase befreien wollen. Ich mach schon. Bereithalten. Das gibt Ärger im Paradies. Das gibt Ärger im Paradies. Das gibt's. Das gibt's. Untertitelung des ZDF, 2020